Hallo Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 51. Heute Abend in Kühlsheim zum Summerbreak Party Special Event. Das wird ein Riesending heute Abend. Hoffentlich knallt es richtig gut. Mittlerweile sind schon alle da. Kannst mal kurz rumschwenken. Es sind nicht alle jetzt, aber ein paar Stück davon sind da. Die meisten sind schon drinnen, bauen ihre Instrumente auf, machen einen kleinen Soundcheck schon mal vorab, Seiten wechseln, neue Fälle aufziehen aufs Schnappzeug und so weiter und so weiter. Da zeigt jemand die... Im Hintergrund laufen Dinge. Da müssen wir schwarze Balken drüber machen, wenn wir das jetzt filmen würden. Ja, Freunde, schaut euch den Podcast an. Viel Spaß. Die 9th in Geiselven. Geiselven, it's a big old park out there. You got rollercourses and all that shit. So, men coming. Ladies, bring your boobies because we having a party out there. Wir sind nicht weit. Wir sind bei dem Balswir wz. Wir sind nicht weit. Wir machen dich. Wir stehen alle, wir sind an der Balswirbelien. Wir fahren uns mit lesen. Wir fahren uns auf die Rundsheid. Schlaf, und wir fahren uns auf die Rundsheid. Ja, war mit Weier, war mit Weier, war mit Weier, war mit Weier. Ja, war mit Weier, war mit Weier, war mit Weier. Ja, war mit Weier, war mit Weier, war mit Weier, war mit Weier. Ja, war mit Weier. She taught me everything I know. She taught me everything I know. You're baby, like Snoop Dogg, you know. Das ist die Maske. Die Show war wieder mega, hat wieder echt viel Spaß gemacht. Leider können wir die nächste Zeit nicht so viele fahren, weil es ein bisschen verdreckend ist. Aber wir kommen garantiert wieder. Und wir möchten noch schöne Grüße an die Indies ausrichten. Bis zum nächsten Mal.